Musik Schon seit Beginn der Welt versucht der Satan, sich eine Kreatur seines Willens zu schaffen. Jemand, der ohne zu fragen tötet und der von keinem Sterblichen aufzuhalten ist. Dieses Wesen existiert. Jetzt. Vorsicht, denn es lebt bereits unter uns. Was? Keine Furcht. Du und ich, wir gehen jetzt durch eine schmale Tür. Hier. Blue Diamond Phillips ist der Mann, der einen Killer jagt, der mordet, weil er morden will und muss. Tracy Griffiths spielt die einzige Person, die ihm helfen kann, den Mörder aufzuhalten. Ich weiß, wo der nächste Tatort ist. Wo ist das? Alle Tatorte befinden sich auf den Linien des Pentagramms und meine Informantin sagt, der nächste Mord geschieht an dieser Stelle. Das ist das dritte Mal in den letzten fünf Jahren, dass Detective Logan einen Serienmörder überführt hat. Dann bis später, Buddyboy. Ich fürchte nicht. Jeder Mord macht ihn unbesiegbar. Woher wissen Sie, dass das diesmal sein wird? An dem Tag öffnete ich mich ihm. Man hat nur seinen Körper vernichtet, nicht seinen Geist. Sein Geist sucht immer nach einem Körper. Er hat die dritte Macht. Er kann überall sein. Was macht die Messerstichwunde, Buddyboy? Logan! Er hat die zweite Macht. Hallo, meine Lieb... Er kann jeden Körper besitzen. Schwester. Ich befürchte, er ist gar nicht hier. Und er besitzt die erste Macht. Dann bis später, Buddyboy. Die Unsterblichkeit. Sie haben keine Ahnung, was jetzt auf Sie zukommen wird. Oh nein! Du kannst nicht in alle Ewigkeit morden. Willst du mich aufhalten? Pentagramm. Die Macht des Bösen. Ein teuflischer Film in der Tradition von Angel Hart. Die Macht des Bösen.